Hallo Leute, hier ist der Ratte wieder. Heute mal mit einer anderen Sache, die für euch auch interessant sein könnte. Es geht um Batterien und die Elektro-Schocker, die existieren. Ja, aber eine Batterie ist ja nun auch nicht gleich eine Batterie. Auch eine volle Batterie, beziehungsweise eine Batterie, die ich hier habe, kann durchaus auch leer sein. Wie man das feststellt, ist eine ganz einfache Geschichte. Ihr lächst da einfach mal an. Rechte Maustaste drauf, links. Dann nacht er so ein bisschen an der Batterie rum und ihr seht es unten links im Bild. Die Batterie ist troppeletty death or almost dead. Sie ist also fast leer. Ich nehme jetzt mal die andere Batterie. Leck sie mal an. Kein Gutes mit mir das Ding. Und da sagt er unten, die Batterie ist voll. Also auch eine pristine Batterie, hier oben, die sind beide pristine, auch eine pristine Batterie kann durchaus leer sein, hat also nicht viel zu sagen. Immer mal ausprobieren, bevor ihr böse Überraschungen erlebt, ein Walkie-Porkie mit Batterie belädt und euch wundert, dass es nicht funktioniert, obwohl die Batterie festgelegt ist. Daran kann es liegen. Das war es auch schon wieder. Macht euch bis zum nächsten Mal.